Dein Name? Manuel Baum. Dein Alter? 41. Deine Position? Cheftrainer. Dein größter Erfolg? Deutscher Meister mit der Schulmannschaft. Und deine größte Schwäche? Ja, ist wirklich eine Schokolade. Ja Manuel, zunächst einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für unser Interview des Monats nimmst, denn ich kann mir vorstellen, dein Terminkalender ist gerade pickepacke voll und das dickste Kreuz steht wahrscheinlich am 18. Oktober, oder? Ja, absolut. Es ist natürlich, wenn man neu irgendwo hinkommt, sehr viel zu tun. Einmal die Leute kennenzulernen, die im Verein sind, den Verein kennenzulernen, die Mannschaft kennenzulernen und dann klar, Fokus aufs nächste Spiel ist das Entscheidende. Du sprichst es an, das nächste Spiel. Wir sitzen hier in der Hagedornloge in der Felddienstarena, haben gerade schon mal rausgeguckt in den Innenraum des Stadions. Und wie geht es dir dabei? Kribbelt es bei dem Gedanken, jetzt in wenigen Tagen da unten an der Seitenlinie zu stehen, erstmals als Schalke-Trainer im Heimspiel? Ja, natürlich. Ich freue mich schon richtig drauf auf das erste Heimspiel. Ich hoffe, dass auch ein paar Zuschauer dabei sein können. Wir haben jetzt ja gestern bei dem ersten öffentlichen Training im Parkstadion wieder 300 Zuschauer dabei gehabt. Und das war schon ganz was anderes, wenn man bei den Torschüssen, die dann drin waren, Applaus bekommen hat, wenn einfach Stimmung irgendwo mit dabei war. Und das hoffe ich, dass beim nächsten Spiel gegen Union auch ein paar dabei sein können. Ist es denn wirklich so, wenn ein bisschen Applaus kommt, Rufe von außen, Anfeuerungsrufe, auch mal Flüche, dass das die Mannschaft und auch den Trainer nochmal diese vielleicht entscheidenden Prozentpunkte ein bisschen kitzeln kann? Ja, hundertprozentig. Also wenn du merkst, dass das Stadion dann hinter dir ist und wenn auch vielleicht der Gegner Aktionen macht, wo dann das Stadion eher die gegnerische Mannschaft versucht, negativ zu beeinflussen, dann können Momente im Spiel entstehen, die halt auch wirklich durch die eigenen Zuschauer hervorgerufen werden, die dann total positiv für uns sind. Was ich bei dir gespürt habe, was schnell entstanden ist, ist die Identifikation mit dem FC Schalke 04. Du hast im Intranet vor wenigen Tagen eine Botschaft an alle Mitarbeiter formuliert. Also du hättest am liebsten alle persönlich begrüßt. Das geht leider aufgrund der aktuellen Situation nicht. Aber du hast eine Botschaft aufgenommen. Was hast du den Mitarbeitern mitgeteilt? Ich denke, dass es ganz wichtig ist, wenn man Mitarbeiter beim Verein ist, dass man sich mit der Kultur und den Werten des Vereins mal auseinandersetzt und mal überlegt, wie die Leute, wie die Fans hier ticken. Und ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass man sich als Trainer als Teil von dem Ganzen sieht. Und das war für mich eine wichtige Botschaft, dass wir versuchen, alles gemeinsam zu stemmen und gemeinsam wieder erfolgreich zu sein und da wirklich jeden mitzunehmen. Und ich glaube, ich hoffe, dass das ganz gut angekommen ist und das ist halt meine Herangehensweise in der Arbeit, eben dieses Wort gemeinsam in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, du siehst dich wirklich als absoluter Teamplayer und nicht als One-Man-Show, obwohl du Cheftrainer bist? Genau. Und ich denke, dass es als Cheftrainer ganz wichtig ist, dass man weiß, wo hat man seine Stärken. Und es ist auch menschlich, dass man Bereiche hat, wo man sagt, gut, da ist man vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig. Und wenn man dann aber ein gutes Team um sich herum hat, die dann einen ergänzen und dass man vielleicht gemeinsam ein guter Cheftrainer ist und dafür Bewusstsein hat, ich denke, das ist deutlich zielführender wie alles andere. Wie hat denn deine erste Ansprache an die Mannschaft ausgesehen? Die war in der Kabine. Der Jochen Schneider hat mich eingeführt als Cheftrainer mit einem sehr schönen Bild, das er formuliert hat, was die Mannschaft betrifft. Und ich halte es immer so, im ersten Moment die Ansprache etwas kürzer zu halten und gar nicht da ausschweifend zu agieren, sondern mir geht es darum, dass wir halt auf dem Platz dann Leistung bringen und das versuchen, gleich auf dem Platz umzusetzen. Und es war schon so, in der Zeit, in der ich jetzt da bin, kam noch die ein oder andere Besprechung mit dazu. Deswegen kurz und knackig, aber natürlich mit vollster Überzeugung an die Mannschaft herangetreten und ihnen auch mitgegeben, was wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen zu tun haben. Was war denn die vorrangige Aufgabe in den drei Tagen vor deiner Premiere in Leipzig, was die Mannschaft umsetzen sollte, sowohl auf dem Spielfeld, aber auch vom Kopf her? Denn ich behaupte jetzt mal, in 72 Stunden, die ihr Zeit hattet, erfindet man den Fußball ja jetzt nicht komplett neu. Ja genau, also das ist definitiv so und man muss halt kurzfristig und langfristig bzw. mittelfristig beraten. Kurzfristig war klar das Leipzig-Spiel und wir haben halt vor dem Spiel versucht, jetzt vor allem den Schwerpunkt Defensive herauszunehmen und da eine gemeinsame Idee auf den Platz zu kriegen. Wir haben geschaut, was haben die Spieler bisher gespielt, was sind ihre Stärken in dem ganzen Verbund und haben halt dann in den zwei Tagen, die uns da blieben, versucht, was auf den Platz zu bringen. Nur so ehrlich muss man am Ende des Tages auch sein. Mit der Leistung waren wir natürlich alle nicht zufrieden und vor allem auch mit dem Ergebnis. Ja, man hatte nach dem 1-0 für Leipzig das Gefühl, jetzt arbeitet der Kopf wieder, die Köpfe gehen runter, das lähmt die Füße. Wie bekommt man denn diese Blockade jetzt aus den Köpfen? Denn dass die Jungs Fußball spielen können, das haben sie ja letztes Jahr gezeigt, also sonst ist es ja fast die gleiche Mannschaft und du spielst ja nicht so eine Hinrunde wie letztes Jahr und hast das Fußballspielen verloren. Genau. Also ich finde es ganz wichtig, dass man sich natürlich mit dem Talent der Spieler beschäftigt und dann müssen wir uns überlegen, wie wir mehr Qualität auf den Platz bringen. Also wie kann ich aus Talent wieder mehr Qualität machen? Und da sind wir jetzt eben gerade dran, wenn wir jetzt das Thema Defensive hernehmen und es kam halt in den Gesprächen raus, dass beim Gegentor nie das Gefühl so richtig da war in letzter Zeit, dass wir ein Tor schießen können. Und wenn man dann aber, und ich glaube, das ist auch menschlich, dann sagt, okay, jetzt sind wir wieder nur mit dem Verteidigen beschäftigt, wir kriegen ein Tor, aber haben gar keine Fantasie, dass wir vorne ein Tor erzielen, dann ist es wichtig, eben den Offensivbereich, jetzt finde ich mal, im ersten Schritt zu aktivieren. Weil wenn man dann mal ein Tor kriegt, dann sagt man, Mensch, wie haben wir die Qualität? Hey, jetzt nehme ich mal Marc Uth, wenn ich das Testspiel gegen Perderborn anschaue, der schießt drei Tore und bereitet eins vor, dann wächst natürlich der Glaube in dem Ganzen. Und das war jetzt so der erste Schritt, der aus den Gesprächen und aus der Analyse eben rauskam, dass wir nicht nur uns auf die Defensive fokussieren, sondern wir sind ja dazu da, um Spiele zu gewinnen, sprich Tore zu schießen. Du sprichst das Testspiel an, das war jetzt in Anführungsstrichen nur ein Testspiel, aber wir haben 5-1 gewonnen und man hat richtig nach dem Spiel gespürt, finde ich, wie so ein Rucksack abgefallen ist. Benito Ramann hat gestrahlt, Clay hat ein Kopfballtor gemacht, Marc Uth schießt drei Tore, generell hat es gut funktioniert, Kilian Ludewig als neuer Spieler kommt gut rein, Frederic Renaud gibt ein gutes Gefühl. Generell hat die ganze Mannschaft performt, obwohl ja noch acht Leute auf internationaler Reise waren bei Länderspielen. Ist das nochmal so jetzt die fünf, sechs, sieben, acht, neun Prozent, die mal drauf kommen müssen? Für mich hat ein Spiel ja immer eine emotionale Geschichte und dann halt so eine inhaltliche Geschichte. Wenn man das Spiel jetzt anschaut gegen Paderborn, verschossener Elfmeter, Rückstand, und dann hat man schon wieder gemerkt, dass so im ersten Moment das Gefühl entstand, ach, jetzt geht das schon wieder so los. Aber dadurch, dass halt dann fünf Tore danach erzielt worden, war dann, obwohl der Anfang nicht gut war, aber die Geschichte, wie das Spiel halt zu Ende ging, wirklich positiv, was den emotionalen Zustand betrifft. Und inhaltlich, wir haben uns sehr viel mit der Offensive in den zwei Einheiten davor beschäftigt. Und es waren ein paar Abläufe dabei, die wir wirklich einstudiert haben, die waren gut. Aber auch nochmal, es war nur ein Testspiel und in der Offensive waren viel gute Sachen mit dabei. Und jetzt müssen wir aber schauen, dass wir am Wochenende nicht nur das eine Thema bedienen, Offensive, sondern das mit der Defensive abhauen. Ja, vor allen Dingen stehst du jetzt in den kommenden Tagen und Stunden noch vor der Aufgabe, die Jungs, die auf Länderspielreisen waren, die acht Spieler dann auch noch auf dieser Reise mitzunehmen. Denn denen fehlen ja jetzt einige wichtige Trainingstage, an denen es wahrscheinlich doch ein bisschen Input gab. Ich glaube, das kann jeder verstehen, der mal in der Schule zwei Wochen Matheunterricht verpasst hat. Dass der Stoff, der in den zwei Wochen dann einfach mit der Klasse durchgesprochen wird, den muss dann erstmal nachholen. Und da beschäftigen wir uns natürlich im Trainerteam auch extrem damit, wie können wir mit den Spielern schon während der Zeit, wo sie bei der Nationalmannschaft sind, beziehungsweise wenn sie kommen, wie können wir sie da nachführen, dass wir am Wochenende die beste Elf für Union dann auf dem Platz haben, die halt aber auch gedanklich synchronisiert ist, sodass jeder weiß, was der andere zu tun hat. Wie funktioniert das? Gibt es dann Videos, die man den Spieler schickt, Laufwege, Skizzen? Genau, also wir nehmen natürlich jede Einheit auf Video auf. Wir machen Besprechungen mit den Spielern, die da sind. Und dann müssen wir natürlich schauen, wie ist jeder Spieler dann für Inhalte empfänglich. Und es kann sein, dass man bei dem einen Spieler ja vielleicht gar nicht so viel machen muss, weil die Abläufe, die er in sich drin hat, die passen genau zu dem, was wir jetzt einstudiert haben. Mit dem anderen muss man vielleicht eher Videothema nochmal durchgehen. Den dritten muss man sich nach der Einheit nochmal schnappen und ein paar Abläufe durchgehen. Da ist es wichtig, dass man jeden Spieler unterschiedlich betrachtet und er dann unterschiedlich nachführt. Ist das denn eine Spielphilosophie, die du vorgibst? Oder ist es eine Philosophie, die du dir anschaust anhand der Spieler, die dir zur Verfügung stehen? Natürlich hat man als Trainer eine Idee, wie man am liebsten Fußball spielen möchte. Aber das Entscheidende ist, dass die Idee zur Mannschaft passt. Und im ersten Moment finde ich es am wichtigsten, dass man sagt, in welchem Zustand sich gerade die Spieler, was kann ich mit den Spielern spielen? Und dann aber sukzessive in die Richtung gehen, was wir am Ende des Tages sehen wollen. Und vor allem, was halt auch die Schalker sehen wollen. Ich glaube, das ist eigentlich das Zentrale, dass wenn wir hier bei den Heimspielen sind, dass wir uns mit den Werten wieder identifizieren. Sprich, unsere Art und Weise zu dem passt, was die Leute hier sehen wollen. Das heißt, die Dinge neben dem fußballerischen, die ein Spieler mitbringen muss, wie Engagement, Leidenschaft, Leistungsbereitschaft, Kampfgeist. Das ist auch was, was du sehen möchtest, Teamgeist? Ja, unbedingt. Ich vergleiche das immer ganz gern mit so einer Mauer, die aus Ziegelsteinen besteht. Und wenn man die jetzt nur einzeln aufeinanderstellen würde, sprich, die Spieler, dann kann ich ja relativ einfach die einzelnen Steine raustun. Aber wenn ich jetzt den Mörtel dazwischen tue, das heißt genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, diese Werte, und dann die Steine miteinander verbinde, dann wird es natürlich extrem schwierig, diese Mauer umzuwerfen. Und glaube ich, diese Werte sind einfach mal die Basis für sehr viel. Und wenn man dann mal als Mauer umgeschmissen wird und gemeinsam sozusagen mal umfällt, dann ist es natürlich einfacher, wieder gemeinsam aufzustehen. Das stimmt. Du hast mir vor dem Beginn unseres Interviews das Du angeboten. Wie machst du das bei deiner Mannschaft? Bist du da der Manuel? Bist du Herr Baum? Bist du der Coach? Genau, letzteres Coach, Trainer. Ich finde es als Trainer ganz wichtig, dass du eine gewisse Distanz zu den Spielern hast. Also so, klar, Zuckerbrot und Peitsche, das gehört einfach mit dazu. Ich möchte in der Sache hart sein, aber mit den Spielern fair umgehen. Und nochmal als Trainer ist es schon wichtig, eine gewisse Distanz zu haben. Was für einen Führungsstil pflegst du denn? Ich würde ihn jetzt mal situativ nennen. Das heißt, natürlich abhängig von der Situation, wie gerade der Zustand ist, wie die Spiele laufen, wie es im Training ist. Aber sehr aufgabenorientiert auch. Das heißt, die Jungs kriegen klare Aufgaben im Training. Und wenn ich klare Aufgaben habe, dann ist es natürlich einfacher, dann zu sagen, okay, da ist ein Haken dahinter, das haben wir jetzt gut gemacht. Oder man geht dann auch mal dazwischen rein. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass du in der Führung schon irgendwo auch berechenbar bist. Dass nicht an einem Tag der Rasen grün ist und am nächsten ist er braun und übermorgen ist er in einer ganz anderen Farbe. Und das Situative, denke ich, ist eigentlich die beste Führung, die man haben kann. Wie ist da die Zusammenarbeit mit deinem Trainerstab? Gibst du alles vor? Soll jeder seine eigenen Ideen einbringen und ihr bringt am Ende alles zusammen? So wie ich am Anfang gesagt habe, ich denke da sehr kompetenzorientiert. Es ist als Trainer ganz wichtig, eben erstmal über sich selber zu wissen, was sind denn meine großen Stärken. Und dann aber eben auch zu überlegen, okay, das Aufgabengebiet von einem Trainer ist halt so umfangreich. Was kann denn im Trainerteam, was können denn die anderen abdecken? Und wenn man dann sagt, wir haben einen, der richtig gut in der Analyse ist, richtig gut in der Trainingsformen ausdenken und in der Planung, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man dann auch die Stärke des Teams mit einbaut. Und am Ende des Tages, klar, trifft der Cheftrainer die Entscheidung. Aber der Weg zur Entscheidung, das ist ganz wichtig, dass man da alle mitnimmt und dass man da auch gemeinsam was entwickelt. Weil ich finde es auch ganz wichtig, dass man, wenn man gewinnt, gemeinsam gewinnt. Und wenn man halt verliert, auch gemeinsam dann verliert. Und da kommt wieder das Wort gemeinsam und wir. Und das versuche ich eben auch zu leben, genauso im Trainerteam. Aber es ist ja schon so, dass man als Cheftrainer für viele Entscheidungen, die man vielleicht als Gruppe fällt, am Ende in der Öffentlichkeit den Kopf hinhalten muss, in Anführungsstrichen. Wie gehst du denn mit Druck oder auch mit Kritik um? Also ich versuche natürlich das, was jetzt drumherum passiert, eher auszublenden. Ich konzentriere mich hauptsächlich auf den internen Kreis, sprich die Mannschaft und sprich mein Funktionsteam. Und natürlich sprechen wir da auch klare Sachen an, wenn was nicht funktioniert. Aber wir wollen uns jetzt eher den Druck, so einen positiven Druck selber machen. Und wir wissen ja, wenn der Druck groß ist, dann können Diamanten auch daraus entstehen. Und das finde ich ist ein schönes Bild. Wenn man sich einen positiven Druck macht, dann kann was Tolles daraus entstehen. Aber wir lassen uns jetzt da nicht von vielen Sachen, sage ich mal, lenken, sondern wir sind ganz klar in unseren Aufgaben fokussiert. Ja, man merkt, du bist fokussiert, aber du strahlst auch und freust dich hier auf die Aufgabe. Und Gleiches trifft dir auch auf deinen neuen Co-Trainer, Mitglied des Trainerstabs zu, auf Naldo. Wie sind Jochen Schneider und du auf die Idee gekommen, Naldo mit ins Boot zu holen? Ja, ich kannte Naldo jetzt von zwei, drei Situationen, wo wir bei Sky miteinander zu tun hatten. Und natürlich war er selber Spieler auf Schalke, war ich Trainer in Augsburg. Und ich hatte halt so immer das Gefühl, dort wo Naldo ist, da geht ja irgendwo die Sonne auf mit seinem Lächeln. Und bringt halt immer einfach ein positives Gefühl mit rein. Und du brauchst im Trainerteam auch verschiedene Rollen. Und wenn jetzt mal was nicht so gut funktioniert, aber auch wenn was gut funktioniert und es würde jetzt die Kabinentür aufgehen und es sitzt einfach einer da, der dir Energie gibt, dann ist das unfassbar wertvoll. Und jetzt kommen beim Naldo ein paar Sachen zusammen, die einfach ihn selber noch viel interessanter gemacht haben. Einmal die Schalker Vergangenheit. Er weiß, wie der Verein tickt. Er weiß, was die Fans wollen. Er kennt viele Spieler in- und auswendig. Er trägt das Herz am richtigen Fleck. Und insofern fand ich, war erstens mal die Idee vom Jochen Schneider, die er damit eingebracht hat, war richtig gut. Und es machte da extrem viel Spaß, als Trainer mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich habe heute nach dem Training so mitgekriegt, wie Herr Ried gesagt hat, Tonaldo, wie ist denn das jetzt im Trainerteam? Du bist ja letztes Jahr noch Spieler gewesen und jetzt im Trainerteam. Wie ist denn da die Arbeit? Und schon allein die Verbindung finde ich top, weil die Jungs da wirklich noch auf einer Ebene mit ihm diskutieren, die total befruchtend ist. Der Rest des Trainerteams, des Funktionsteams, des Betreuerstabes ist bestehen geblieben. War das dein Wunsch, dass du mit all diesen Personen weiter zusammenarbeitest? Ich finde es ganz wichtig, dass man erst mal den Leuten, die da sind, eine Chance gibt, sich einzubringen. Dann ist es auch im ersten Schritt für mich als Trainer wichtig gewesen, was haben wir denn für Kompetenzen in den einzelnen Bereichen. Der erste Eindruck war, dass wir wirklich richtig, richtig gute Leute auch haben. Und jetzt ist halt auch die Aufgabe des Cheftrainers, dass wir halt in den Bereichen die Leute dann auch arbeiten lassen. Und ich habe mir als Außenstehender schon immer Gedanken gemacht, wenn ich dann über Schlumberger und Leuthard und Löppard, jetzt nehme ich mal die Fitnessabteilung, die Namen höre, dann möchte man sich schon mal gern mit denen zusammensetzen, weil sie halt extrem viel Kompetenz mitbringen. Und jetzt ist man selber Chef von so einer Gruppe und jetzt finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich in ihre Stärken halt mit einbaut. Und ich habe das Gefühl, die haben da richtig Spaß dran. Kanntest du denn, du hast gerade angesprochen, Kirin Löppard, Werner Leuthard, Dr. Schlumberger, kanntet ihr euch vorher schon persönlich oder nur von Kabinengängen in der Bundesliga, sage ich jetzt mal? Richtig, genau. Oder halt von Vorträgen beim Dr. Schlumberger, die man sich immer angehört hat. Oder, gut, Werner Leuthard ist ja ein Name in der Branche, der schon mit vielen Trainern zusammengearbeitet hat, erfolgreich. Und es ist aber trotzdem dann nochmal was anderes, wenn man es ja in der täglichen Arbeit einfach erleben darf. Wie schwer ist das Ganze jetzt so eine große Gruppe zu managen? Zum einen die Spieler, aber dann auch das Funktionsteam, den Rest des Trainerstabs. Da reden wir ja über 40 bis 50 Personen insgesamt. Man muss als Trainer heutzutage ja nicht nur die ganzen inhaltlichen Themen abdecken können, also diese klassischen Fußball-Taktik-technischen Themen, sondern du musst dir halt ganz klar überlegen, wie führe ich denn so ein Team. Und wenn man jetzt neu irgendwo hinkommt und das Team relativ groß ist, dann musst du dir natürlich auch ein Bild davon machen. Das heißt, du musst viele Gespräche nicht nur mit der Mannschaft führen und mit den Spielern, sondern du musst dann mit deinem Funktionsteam viele Gespräche führen. Und dann musst du ein Gefühl entwickeln, okay, wen setze ich wo am besten ein. Dass wir halt, ich habe gelernt, der Faden auf Schalke heißt blauen Faden einziehen können, dass wir alle in die richtige Richtung, in die gleiche Richtung ziehen wie bei so einem großen Schiff. Wenn wir alle in die gleiche Richtung ziehen, dann kriegen wir es vom Fleck weg. Und wenn aber jeder in irgendeine Richtung zieht, dann wird halt der Tanker oder das Schiff am Ende des Tages stehen bleiben. Und das können wir uns nicht leisten. Lass uns in dem Bild bleiben, blauer Faden oder auch Vereins-DNA ist ja so ein bisschen die erfolgreiche Arbeit in einer Knappenschmiede. Welchen Stellenwert besitzt denn bei deiner Arbeit die Nachwuchsförderung? Wer meine Historie so etwas verfolgt, der kriegt ja mit. Ich war Cheftrainer Nachwuchs in Augsburg, habe da die Aufgabe gehabt, ein Nachwuchsleistungszentrum aufzubauen. Bin Lehrer gewesen an der DFB-Elite-Schule, war jetzt im U-Bereich bei der Nationalmannschaft, aber eben auch im Profibereich gearbeitet. Für mich ist Nachwuchs extrem wichtig. Knappenschmiede ist natürlich ein ganz bekannter Name und wichtiger Name. Und ich glaube, jeder weiß, welche Spieler hier aus dem Nachwuchs schon rausgekommen sind. Und ich sehe sehr viel Potenzial auch noch im Nachwuchs. Und wenn ich jetzt meine Mannschaft anschaue, sehen wir mal Potsdam zum Beispiel oder Malik als Innenverteidiger oder Levent Merchan. Ich könnte jetzt da alle aufzählen, die ja da auch aus dem Nachwuchs kommen. Da haben wir sehr viel Potenzial. Und der zweite Bereich im Nachwuchs, den ich halt auch spannend finde, jetzt haben wir mit dem ONUR einen Jugendtrainer mit hochgezogen. Also man soll eben die Knappenschmiede, finde ich, nicht nur auf die Spieler reduzieren, sondern das wird mit Sicherheit einmal spannend werden, richtig gute Trainer dazu zu entwickeln. Über deine vorherigen Stationen sprechen wir gleich noch. Ich würde noch einmal kurz bei der Knappenschmiede bleiben. Und zwar bei Norbert Elgert und auch Thorsten Fröhling als U23-Trainer und auch ONUR, mit denen du jetzt eng zusammenarbeitest, als U17-Trainer. Hattest du schon Zeit, mit denen drei auch schon ausführlichere Gespräche zu führen, dich einmal vorzustellen und auch zu sagen, wie du dir die Zusammenarbeit vorstellst? Genau, also sowohl mit dem Norbert hatte ich schon zwei, drei Termine, wo wir uns austauscht haben. Und ich denke ja, dass es ganz wichtig ist, wenn man jetzt so einen hat mit so viel Erfahrung, dass man sich da austauscht. Und ich finde, aus jedem Gespräch mit einem Trainerkollegen kann man extrem viel mitnehmen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Und deswegen hat der Austausch stattgefunden. Und ich habe mich auch mit Thorsten und mit Gerald Asamoah zusammen, der ja auch für die U23 zuständig ist, getroffen. Das sind natürlich die Spielerdurchgänge, die sie jetzt in der U23 haben. Das sind Abläufe-Durchgänge, wie machen wir das am Wochenende mit den Abstellungen und so weiter und so fort. Ja, und ich habe da ein richtig gutes Gefühl, was das ganze Team betrifft. Wie willst du es künftig machen? Wenn du Zeit hast, willst du dir die Spiele der U19 und U23 anschauen? Oder gibst du diese Aufgabe an deine Co-Trainer weiter? Verlässst du dich auf deren Urteil? Wir werden beides machen. Wir werden natürlich im Trainerteam die Aufgaben verteilen, wer schwerpunktmäßig jetzt sagen wir die U19, aber auch die U17. Also wir kriegen ja mittlerweile mit, die Entwicklung im Nachwuchs ist auch so, dass vielleicht sogar schon mal einer aus der U17 oben mittrainieren kann. Genauso eben dann U23. Ich tausche mit den Trainern aus. Wir holen uns auch die Spiele vom Wochenende. Wenn ich Zeit habe, schaue ich es mir natürlich an, weil die Botschaft soll ganz klar auch vom Profibereich ausgehen, dass wir eigene Spieler entwickeln wollen. Und das denke ich, ist in der Wirkung ganz wichtig, dass wir da präsent sind. Mit deiner Historie als DFB-U20-Trainer und auch beim Nachwuchsleistungszentrum in Augsburg klar, dass du auf Nachwuchsförderung sehr viel Wert legst. Jetzt habe ich vor einigen Wochen ein Interview mit dir gelesen. Da warst du noch Trainer der U20-Nationalmannschaft. Da hast du gesagt, wir haben hochtalentierte Spiele in Deutschland, aber wir machen zu wenig daraus. Wie hast du das denn gemeint? Ich habe es schon mal in einem Interview kurz gesagt, für mich gibt es drei Begriffe, die eng zusammenhängen. Und zwar einmal der Begriff Talent. Ich sage, wir haben wirklich sehr, sehr viel talentierte Spieler. Das Problem ist aber, wie viel Qualität von dem Talent bringe ich auf den Platz. Und da habe ich so das Gefühl, wir bringen nicht so viel Qualität auf den Platz, wie wir uns wünschen würden. Sprich aber, und da kommt der dritte Begriff, wir haben extrem viel Potenzial oder Fantasie. Und wenn ich jetzt mir überlege, wie komme ich denn an das Potenzial der Spieler ran, damit die mehr Qualität auf den Platz bringen, Ich glaube, dann sind wir schon einen richtigen Schritt voraus, dass wir sagen, okay, wir haben talentierte Spieler, die zwar im Moment nicht optimale Qualität auf den Platz bringen, aber wenn wir uns mit dem Wie, sprich dem Potenzial beschäftigen, dann geht es in die richtige Richtung. Ist es wichtig, dass dann auch die Kommunikation eine große Rolle spielt, dass man den Spielern ein gutes Gefühl gibt? Total. Ich will natürlich von den Spielern auch ein gutes Gefühl über das Training kriegen. Umgekehrt wollen die Spieler natürlich auch ein gutes Gefühl vom ganzen Trainerteam haben. Und Kommunikation ist dann ein ganz entscheidender Schlüssel, weil wenn ich jetzt eine Profimannschaft anschaue, da hast du vom 18-Jährigen bis zum über 30-Jährigen Spieler mit drin. Du hast Spieler mit einem unterschiedlichen Vorwissen, weil sie verschiedenste Trainer gehabt haben. Dann kommen sie aus unterschiedlichen Kulturen und du musst halt in Abhängigkeit von der Unterschiedlichkeit auch mit den Spielern unterschiedlich umgehen und die Inhalte vermitteln. Also man braucht jetzt nicht glauben, ich sage das als Trainer auf eine Art und Weise und damit erreiche ich alle. Deswegen musst du dich extrem mit den einzelnen Spielern auseinandersetzen. Wie gehst du denn mit jungen Spielern um, die du jetzt ins kalte Wasser schmeißt? Dann machen sie vielleicht einen entscheidenden Fehler und sind erst mal mit dem Kopf unten. Sind die dann erst mal außen vor, weil du Bedenken hast, dass sie diesen Fehler nochmal machen? Oder sagst du, lernen durch Fehler? Auch das muss vorbereitet werden. Ich habe vorher ja von Werten und Kultur gesprochen. Wir brauchen eine gewisse Fehlerkultur. Das ist wichtig. Und wir brauchen dann aber auch Lösungen, wenn mein Fehler passiert, wie gehe ich damit um? Weil wir fordern natürlich Mut ein, aber ich kann natürlich deutlich mutiger sein, wenn ich weiß, okay, wie wird denn dann bei möglichem Misserfolg mit mir umgegangen? Und das betrifft nicht nur die jungen Spieler, selbst die erfahrenen Spieler. Da ist es auch nicht so, dass immer gleich, wenn ein Fehler passiert ist, an einem abtropft. Aber ich erwarte Mut und dazu gehören Fehler. Und da gibt es ein Zitat, das ich ganz gut finde zu dem Bereich, das so in die Richtung geht, ich bin nicht 10.000 Mal gescheitert, sondern ich habe einfach 10.000 Wege gefunden, wie es nicht funktioniert. Und dann habe ich am Ende des Tages einen gefunden, wie es funktioniert. Und das soll einfach das ein bisschen widerspiegeln, die Kultur, die wir haben wollen. Du warst jetzt zuletzt beim DFB, hast die deutsche U20 trainiert. Hattest du in dieser Zeit mehr Zeit, um dich mit Fußball zu beschäftigen, weil du nicht im täglichen Geschäft warst? Das war ein wichtiger und guter Schritt, als zum DFB zu gehen, auch mit dem Hintergedanke. Weil der DFB natürlich ein extrem großes Netzwerk hat, sprich Fortbildungen. Ich kann anderen Trainern mal über die Schulter schauen. Ich kann mich mit Experten in bestimmten Bereichen auseinandersetzen. Die nicht zwingend nur mit Technik oder Taktik zu tun haben. Da geht es um kulturelle Themen, da geht es um Rhetorik, da geht es um Menschenführung. Da geht es um, wie kann ich Projekte steuern? Und das war eine extrem wertvolle Zeit. Und man muss auch sagen, es sind beim DFB extrem viele richtig, richtig gute Leute da, wo man einfach sich selber weiterentwickeln kann, Wissen klauen kann. Und dann sagt, Mensch, was kann ich denn für die nächste Station mitnehmen? Und das war eine extrem wertvolle Erfahrung. Wie sahen da bei dir die Wochenenden aus? Warst du dann jede Woche in einem anderen Stadion Spieler anschauen oder hast du alles vom TV aus? Nee, also gut, während Corona war es natürlich extrem schwierig für uns als U-Nationaltrainer. Ich habe mich schon selber dabei erwischt, dass ich, glaube ich, in der Woche drei, viermal meinen Rasen gemäht habe, damit ich wieder einen Rasengeruch irgendwo in der Nase hatte, weil der Rest war eigentlich nur vom Fernsehen. Und ansonsten, klar, ist man am Wochenende unterwegs. Und während Corona waren wir halt dazu gezwungen. Hat aber auch Spaß gemacht, sehr viel konzeptionell zu arbeiten und Projekte einfach anzugehen. Du sagst gerade Fernsehen, du bist ja auch als TV-Experte für Sky tätig gewesen. Hast du durch diese Aufgabe auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Bundesliga bekommen, weil du ja wirklich ganz genau hingucken musstest bei allen 18 Vereinen? Ja, ich beschäftige mich natürlich schon seit Jahren sehr intensiv, vor allem im analytischen Bereich mit allen Vereinen in Deutschland, aber eben auch europäisch. Nur wenn du dann während der Corona-Zeit, glaube es war im Format Dein Verein, wo ich auch zweimal über Schalke berichten durfte, wenn du dich dann aber im Detail nochmal damit auseinandersetzt, das ist dann doch schon noch was anderes. Und zum einen durfte ich mal eben über die letztjährige Saison sprechen und zum anderen, das war auch total spannend, sich mal mit der Schalker Vergangenheit auseinandersetzen. Was ist denn der Schalker Kreisel? Das war ja früher wirklich Tiki-Taka und das war dann wirklich richtig spannend zu sehen. Ja, was gab es denn früher, wie hat sich das entwickelt und wie ist die Vergangenheit von dem Verein Schalke? Und jetzt sitze ich da und weiß halt relativ viel über die Vergangenheit und über die Historie des Vereins. Hast du früher schon mal Berührungspunkte mit Schalke gehabt? Positiv oder vielleicht auch negativ? Gut, als Bundesliga-Trainer hatte ich bisher nur negative Berührungspunkte mit Augsburg. Also da waren wir nicht sehr erfolgreich gegen Schalke. Ansonsten während der Zeit als U-Nationaltrainer fand ich zum Beispiel auch gut, dass Mike Mipp-Biskens jemand da war, der sich dann unter anderem auch um die Spieler gekümmert hat, die wir jetzt in der U20 hatten. Und da wirklich regelmäßig nachgefragt hat, wie haben die performt, wie ist das Ganze? Insofern gab es immer wieder Berührungspunkte, aber eben auf dem Platz eher negative. Dann lass uns über die Zeit davor sprechen. Du hast vor deiner Zeit beim FC Augsburg als Realschullehrer gearbeitet. Und ich sage jetzt mal, diese sichere Stelle bis zur Rente hast du dann aufgegeben, um dich in dieses Haifischbecken-Fußball zu begeben. Und wir alle wissen ja, dass das Ganze nicht so wirklich planbar ist. Wie lange hast du damals zu Hause gesessen und hast dir eine Pro- und Contra-Liste gemacht? Mach ich, mach ich es nicht? Und was hat deine Frau eigentlich dazu gesagt? Ja, ich bin ja eigentlich gerade noch im Urlaub. Also es ist schon so, dass ich die Möglichkeit hätte, wieder als Lehrer zu arbeiten. Wäre vielleicht auch mal ein interessantes Bild, wenn man dann als Bundesliga-Trainer auf einmal wieder vor der Klasse als Realschullehrer steht. Autogrammkarten dabei. Genau, und die Option, die besteht auch weiterhin noch. Ich bin da wirklich sehr guten Austausch mit dem Kultusministerium in Bayern. Deswegen war die Entscheidung relativ einfach, weil du auf der einen Seite natürlich noch eine Sicherheit hattest, aber auf der anderen Seite, also wer schon mal Bundesliga-Trainer war, das ist natürlich ein Riesenreiz, wenn man als Augsburg-Trainer hier auf Schalke spielt und dann ja schon fast Gänsehaut kriegt, wenn das Stadion voll ist. Ja, da leckt man dann natürlich Blut und das will man weiterhin haben. Ja, ich hoffe, dass du noch lange als Schalke-Trainer auf Schalke arbeitest. Aber bleiben wir nochmal bei der Zeit als Lehrer. Welche Fächer hast du denn damals unterrichtet? Ich habe Sport unterrichtet, Wirtschaft und Recht und Buchführung. Und wir waren ja eine DFB-Elite-Schule, also eine Realschule mit einer bestimmten Bezeichnung. Und ich durfte da die Sportklassen vor allem auch noch in den Bereich Sportbiologie, Trainingslehre, Bewegungslehre unterrichten. Sprich, die haben Sachen von mir erfahren, dass sie nicht nur am Trainingsplatz draußen waren und das Training konsumiert hatten, sondern auch mal so ein bisschen den wissenschaftlichen Hintergrund bekamen. Was auch immer du da gemacht hast, das muss auf jeden Fall super funktioniert haben. Denn 2011 seid ihr mit der Schulmannschaft Deutscher Meister geworden, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ja, da bin ich auch wirklich stolz drauf, dass wir das geschafft haben. Und das Interessante war ja auch, diese Leistungssportklassen, die haben sich aus mehreren Vereinen zusammengesetzt. Also 1860, FC Bayern, Spielverein unter Haching und kleineren Vereinen. Und da haben wir es auch wirklich geschafft, ein Team daraus zu formen, obwohl sie ja am Wochenende unterschiedlich unterwegs waren. Und das war wirklich ein Highlight dann, das mit der Realschule dann zu erreichen. Ja, einer deiner Schüler, deiner Spieler damals, der trägt auch einen berühmten Namen hier auf Schalke, Max, Philipp Max. War Martin eigentlich mal als Papa beim Elternsprechtag? Die Mama. Ich kenne Philipp sogar noch ein bisschen länger, wo ich als Trainer bei so Fußballschulen war. Und daher kenne ich den Philipp schon, wo er deutlich kleiner war. Und auch die Eltern. Und ich konnte aber wirklich nur Positives berichten in der Sprechstunde, was den Philipp betrifft. Wie ist es denn mit deiner pädagogischen Ausbildung? Hilft dir die jetzt auch auf dem Trainingsplatz, weil du genau weißt, vielleicht den Spieler muss ich eher so anpacken, der andere Spieler, der braucht eher diese Ansprache? Dass man da ein Bewusstsein dafür hat, das ist natürlich extrem wertvoll in der Ansprache. Und ich habe es vorher auch schon erwähnt, dass man sich im Vorfeld damit auseinandersetzt. Und dass man einfach so eine gewisse Empathiefähigkeit und emotionale Intelligenz entwickelt. Weil es gibt halt nun mal Spieler nach dem Training, der nicht gleich zum Trainer kommt und sagt, Trainer, ich möchte jetzt dieses und jenes wissen. Es kann halt Spieler geben, die rennen dreimal im Kreis im Abstand von 10 Meter und wollen eigentlich dadurch signalisieren, Trainer, sprich mich jetzt endlich mal an. Ich trage irgendwie was auf der Seele. Und da hilft es natürlich schon, dass man Bewusstsein für sowas hat. Spürt man das dann schnell als Trainer, schon nach wenigen Tagen, wer jetzt welcher Typ ist? Du brauchst Erfahrung, die habe ich zur Genüge. Ich behaupte jetzt mal, ich spüre das sehr, sehr schnell. Ab und zu unterliegt man natürlich ein paar Wahrnehmungsfehlern. Nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt einen großen Spieler habe, dann verbindet man ja eigentlich immer mit der Größe. Der muss gleich Kopfballstark sein. Das ist aber nicht zwingend immer so. Aber Erfahrung hilft halt einfach, dass die Trefferwahrscheinlichkeit in der Interpretation größer ist. Wie ist es denn bei dir? Gibt es da jemanden, auf dessen Meinung du viel Wert legst, dessen Meinung dir wichtig ist? Also ich will mir natürlich von mehreren Spielern bzw. von Trainerteam Meinungen einholen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass es dann am Ende des Tages nicht zu viel wird und sich dazu sehr beeinflussen lässt. Aber ich habe meine klare Idee, habe halt mein Gefühl. Und im Endeffekt bestätigt mich dann teilweise die Meinung. Auf der anderen Seite kann es dir halt auch passieren, wenn ich von jemandem eine Meinung kriege, der eine andere Perspektive drauf hat. Dann kommt man selber schon mal ins Überlegen und sagt, Mensch, die Idee, die er da hatte, ist echt spannend. Und dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass man das auch aufgreift und dann halt mit einbaut. Hast du denn noch außerhalb des Schalke-Kosmos, sage ich jetzt mal, Personen, dessen Meinung wichtig ist, Freunde, vielleicht sogar ein Mentor? Familie, ganz klar, meine Frau vorneweg. Und ja, dann habe ich halt in den heimischen Gefilden zwei beste Freunde, die mich seit meinem 15. Lebensjahr, wo wir uns da fußballerisch begleiten, und natürlich tauscht man sich da aus. Ich habe auch schon die ersten Aufträge, was Schalke-Trikots betrifft, von ihnen erhalten. Die haben nämlich auch Kinder, die wollen da auch gleich was haben. Die sitzen auch vor jedem Spiel dann da, schauen sich das an, haben aber dann nicht so das Kontextwissen, was wir jetzt hier alles arbeiten, sondern schauen es einfach mal von außen an und geben mir dann den einen oder anderen Impuls. Ja, du weißt auf jeden Fall schon, wo der Schalke-Fanshop ist. Ich habe am Wochenende gesehen, dein Sohn hat sich ein Trikot gewünscht, das hast du bei deiner Antrittspressekonferenz verraten. Und jetzt gab es für den Sohn und für die Tochter auch das erste Trikot. Da gab es leuchtende Augen wahrscheinlich zu Hause. Absolut, ja. Und wurde gestern auch schon, mein Sohn hat gestern Training gehabt, wurde auch schon eingeweiht. Also nicht nur zu Hause als Show sozusagen getragen, aber die haben sich richtig gefreut. Dann hat es gestern schon angehabt und darf man gar nicht sagen, ich habe ihm sogar einen Rucksack mitgebracht. Und der ist jetzt auch immer Mitarbeiter, packt er seine Fußballschuhe rein und trägt den ganz stolz durch München. Das heißt, dein Sohn spielt Fußball. Was mit deiner Tochter? Treibt die auch Sport? Ja, also die machen beide relativ viel. Ich finde es halt wichtig in dem Alter, dass man ja verschiedenste Sachen macht. Also er spielt nicht nur Fußball, sondern er macht auch Tennis, tut auch Schwimmen. Mir geht es eher darum, dass sie einfach Freude an dem haben, was sie machen. Und klar liegt es irgendwo auch nahe, wenn der Papa Trainer ist, dass der Sohn sich mehr mit Fußball auseinandersetzt, aber die Tochter mal reiten, mal turnen. Was bist du dann für ein Fußballpapa am Rand? Gehst du da richtig als Trainer mit oder genießt du einfach, dass dein Sohn Spaß am Spiel hat? Vor, ich glaube, eine Woche vor dem Engagement in Schalke hat er das erste Spiel am Wochenende gehabt. Mit 2015 haben sie sechs gegen sechs plus Torhüter gespielt. Und da wurde ich dann als Schiedsrichter eingezogen. Das heißt, ich musste an sein Spiel pfeifen. Und da war dann der Konflikt natürlich schon da, seinen Sohn anzuschauen, als Neutraler hier aber auf dem Platz zu stehen. Aber ich versuche mich da wirklich rauszuhalten. Meine Erfahrung ist, dass wir richtig gute Trainer haben. Und das sollen die Trainer machen. Und ich schaue mir das an. Mir freut es am meisten, wenn der rauf und runter rennt und Spaß hat. Wie ist es denn jetzt mit deinen beiden Kids? Wie finden die beiden, dass du einen neuen Job hast, der vielleicht nicht direkt vor der Haustür ist? Ja, es tut ihnen natürlich schon weh, wenn der Papa jetzt sehr selten zu Hause ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Möglichkeiten, wie man sie täglich austauschen kann. Aber sie freuen sich halt auch jetzt, dass ich wieder Bundesliga-Trainer sein darf. Und vor allem auf Schalke, das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Und am Wochenende gibt es dann immer ein großes Familientreffen, wenn die Spiele sind. Und dann wird das Spiel angeschaut und mitgejubelt und mitgefiebert. Das heißt, unter der Woche jetzt jeden Abend FaceTime mit der Familie? So gut wie es geht, genau. Ja, einfach, dass man sich ein gutes Gefühl gibt und nicht aus der Welt ist. Jetzt reden wir ein bisschen über technische Geräte. Wie war es denn eigentlich in den vergangenen Wochen und Monaten beim Thema Homeschooling und Familienvater? Das hat dich dann wahrscheinlich ja auch betroffen jetzt in der Corona-Pandemie. Ja, da muss ich meiner Frau ein großes Kompliment machen. Die hat das richtig gut gemacht mit dem Thema Homeschooling. Wir waren natürlich, meine Frau ist noch beruflich tätig, ich beruflich tätig. Dann ein Sohn, der im Kindergarten ist, der noch keine anderen Aufgaben hat. Dann die Großeltern konnten nicht kommen, die Tochter natürlich auch zu Hause, muss Sachen abarbeiten. War eine intensive Zeit, aber war auch schön, mal mit der Familie wieder intensiv zu verbringen. Und meine Frau hat das da echt gut gemacht. Wie sehen deine Pläne jetzt für die Zukunft aus? Hast du schon eine Wohnung in Gelsenkirchen gefunden? Im Moment bin ich gerade ganz froh, dass ich im Hotel direkt über dem Tränischgelände wohne. Da habe ich sehr kurze Wege, weil der Tag geht. Ich bin sehr früh dort und gehe natürlich auch spät nach Hause gerade im Moment. Mir macht es gerade total Spaß. Deswegen wäre jetzt jede längere Strecke zu irgendeiner anderen Wohnung nicht sinnvoll. Aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dass man sich jetzt hier in Gelsenkirchen eine Wohnung sucht, um dann auch mal zu sagen, okay, jetzt bin ich zu Hause und jetzt denke ich mal an was anderes. Weil als Fußballtrainer ist es auch ganz wichtig, dass man einmal abschaltet, um dann wieder Energie zu sammeln. Aber kannst du das, wenn du jetzt gerade alleine bist, dann denkst du doch wahrscheinlich beim Aufstehen an Fußball. Beim Einschlafen denkst du wahrscheinlich immer noch an Fußball. Wahrscheinlich hast du vorher noch Fußball geschaut. Entweder die eigenen Analysen oder jetzt gefühlt jeden Abend läuft dir hängt ein Spiel. Kannst du irgendwann auch mal abschalten? Ja, man muss sich da wirklich dazu zwingen und man muss das auch lernen, wirklich abzuschalten. Weil wenn wir die ganze Zeit nur an dem einen Thema festhängen, dann kriegt man auch irgendwann mal Scheuklappen und man wird halt nicht mehr kreativ. Insofern habe ich mir schon Methoden angeeignet, wo ich es dann ganz gut schaffe, mal abzuschalten und nicht 24 Stunden am Fußball zu denken. Was sind das für Methoden? Magst du uns das verraten? Ja klar, betreibt man dann selber Sport. Ja und natürlich, also ich mache auch zum Beispiel Yoga, ist was, was ich richtig gut finde, um da mal abzuschalten. Weil als Trainer ist es auch ganz wichtig, dass du halt immer frisch vor der Mannschaft stehst. Und wenn halt die Mannschaft merkt, der Trainer steht vor dir und hat Augenringe und ist eigentlich nur noch mit allem Möglichen beschäftigt, dann hat das auch eine Wirkung auf die Mannschaft. Und das ist schon ein Ziel, wo ich mir selber gesteckt habe, wirklich immer frisch zu bleiben und frisch zu wirken. Und dann musst du dich um dich selber auch kümmern. Das heißt, Selbstfürsorge ist auch als Trainer wichtig. Hattest du denn jetzt in den vergangenen 14 Tagen schon mal Zeit, ein bisschen was von Gelsenkirchen und vom Ruhrgebiet zu sehen oder war es wirklich nur Kabine, Trainingsplatz und Hotelzimmer? Ja, ich habe es einmal geschafft, eine Pizza hier irgendwo um die Ecke dann zu essen, aber die war fußläufig weg. Ansonsten kenne ich jetzt das Trainingsgelände in- und auswendig und das Hotel kenne ich in- und auswendig, aber mehr noch nicht. Dann kommt jetzt die Felddienstarena dazu am Wochenende. Endlich. Du hast gerade gesagt, du hast dir eine Pizza geholt. Gab es denn schon die erste Currywurst? Das gehört ja hier im Ruhrgebiet dazu. Noch nicht. Aber wenn es da eine gute Empfehlung gibt, wo man da eine gute kriegt, dann bin ich natürlich offen dafür, dass ich da einmal vorbeischau und mir eine hole. Ja, Felddienstarena oder Charlie Schalker kann ich dir da empfehlen. Da wird es dir auf jeden Fall schmecken. Manuel, vielen Dank für die Zeit, die du uns geschenkt hast, jetzt auch zu später Stunde nach einem langen Tag mit zwei Trainingseinheiten. Wir wissen das sehr zu schätzen und drücken beide Daumen, dass du am Wochenende hier hoffentlich einen erfolgreichen Einstand in der Felddienstarena hast bei deinem ersten Halbspiel. Okay. Vielen Dank. Danke sehr.